Jetzt Bonus kassieren auf AdmiralBett.de Na klar wünscht man sich, dass Lichtenberg da Punkte liegen lässt, aber ich sag mal 3-1 für Lichtenberg. Maicho gegen Alt-Lüdersdorf? Ich sag 2-1 für Alt-Lüdersdorf. Lokständer gegen Hansa Rostock 2? 2-0 Rostock. Euer Spiel gegen Neustrelitz? Ihr habt ja ein bisschen was gut zu machen, ein bisschen was aufzuholen. Ich sag 3-0 für uns. Klare Sache, Strausberg gegen Torgelower FC Greif? 2-2 Greifsweider FC gegen Charlottenburger FC Hertha 06? 2-1 Greifswald. Starken gegen Brandenburg Süd? 1-0 Starken. Blauer ist Berlin gegen Hertha 03 Zehendorf? 1-1 sag ich. 1-1 und das war's. Die anderen sind außerhalb des Spieltags. Ertu, danke dafür und alles Gute. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.